Musik Carl Martens ist auf dem Weg zur Arbeit und die ist eher ungewöhnlich. Er ist Angestellter der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und fängt offiziell und hauptberuflich Bisams. Nicht etwa Bisamratten, wie die Tiere auch irrtümlich bezeichnet werden. Es heißt nur Bisam, weil die Bisam zur Gruppe der Mäuse gehören, zur Gruppe der Wühlmäuse und hat in dem Sinne mit Ratten eigentlich nichts zu tun. Nur wegen der Form und wegen ihres Schwanzes werden die häufig als Ratten bezeichnet, weil sie am Wasser leben, in dem Biotop, wo häufig auch Ratten vorkommen. Und gerade dort richten die ansonsten so possierlichen Tierchen einen großen wirtschaftlichen Schaden an. Sie besiedeln die Deiche, Böschungen und Gräben und höhlen sie weiträumig aus. Das kann nicht nur für Landwirte zum Problem werden. Dieser wirtschaftliche Schaden ist schon immens, abgesehen davon, dass die Tiere auch ufernahe Radwege und Straßen unterwühlen. Und es kommt gelegentlich auch zu Einbrücken in der Fahrbahn. Und das ist natürlich verheerend für denjenigen, der da reinfällt. Daher sorgen Carl Martens und mit ihm rund 1000 ehrenamtliche Bisamfänger in Niedersachsen dafür, dass die Population der Tiere nicht explodiert. Denn die niedlichen Nager sorgen immerhin dreimal im Jahr für reichlich Nachwuchs. Die Plage hierzulande geht tatsächlich auf ein halbes Dutzend Tiere zurück, die um 1900 importiert wurden. Ein gewisser Mensch fehlt aus den USA, hat eine böhmische Gräfin geheiratet. Den haben die sechs oder acht Tiere mitgebracht und haben die ihren Gewässern um das Schloss schwimmen lassen. Und dann hat man später gemerkt, das geht so nicht, die Tiere wandern ab. Und besiedeln bis heute ein riesiges Gebiet, das bis in die Niederlande reicht. In einigen Gegenden gilt der Bisam sogar als kulinarische Spezialität, die Carl Martens jedoch nicht richtig überzeugt. Der Bisamjäger beschränkt sich dann doch lieber darauf, die Felle der Tiere zu verwenden, bis er dann nächstes Jahr in Rente geht.